ja okay leute das war so ein kleiner überblick jetzt am flughafen und noch mal ich gebe die tipps immer gerne weil das hilft halt wenn ihr ankommt am flughafen ihr wollt geld sparen was eigentlich jeder mensch will ja da unten kommt ihr an das ist die ankunftshalle da kommt ihr raus nach dem gepäck er geht zwei stockwerke nach oben zur abflughalle wo ich jetzt gerade bin und dann nimmt er einen von diesen ausgängen er geht hier raus ja hier werden alle leute hergebracht die abfliegen wenn du vom flughafen abfliegst und du nimmst ein taxi dann kommst du hier an und zwar da drüben auf der anderen seite hier kommen die privatautos ich zeige es euch er geht hier über den zebrastreifen rüber und ihr seht schon wie drüben der eine typ winkt leute hier stehen die ganzen taxis die leute zum flughafen bringen und hoffen dass jetzt einer rauskommt und das taxi nimmt alles ohne aufpreis wenn ihr ein offizielles taxi unten nehmen zahl den aufpreis hier oben könnt ihr gleich weg fahren ihr müsst ihr euch auch nicht anstellen kannst gleich einsteigen und normal mit mieter fährst du hier los weil die haben normal keine fahrgäste wenn die jemanden bringen die sind froh